ha shit machst du den motor aus oder? ist dir einfach zu easy mit dem motor immer nur computer spielen, da geht einfach die kraft klöten oh gott aber hier hattest du auch nicht krieg kraft ja das war cool meine unterarme sind ganz schön gepumpt bei uns auch ich schwitz wie ein schwein oh wow ich pack's nicht das weiß ich jetzt schon das ist ja nicht so gut gelaufen das war der los spontaner kraftverlust spontaner leistungseinbruch naja da kannst du dich hinfahren ich fühle mich lass mich bitte hinterm Daniel fahren hier kann's schön hoch ne liegt nix wie spiel Ja! Ja! Oder die knascht! Nice! Hu 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 hu... Eeeh... 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 Uuuu... Der ist hallo. Der hat die Schnauze voll. da war etwas zu wenig schwung vorhanden aufs pedal richtig oh Gott ist das steil